Zum Schluss unseres kurzen und knackigen Tutorials zu Excel möchte ich euch etwas zeigen, das sich Zellformate nennt. Zellformate sind eigentlich etwas sehr Schönes, aber Excel kann dabei auch ziemlich nerven. Um zu verstehen, was Zellformate sind und wo Excel uns dabei so richtig in den Hintern treten kann, geben wir einfach mal ein paar Zellwerte ein, die ich links davon angegeben habe. Ich tippe also mal 10. Mai ein und drücke die Return-Taste. Offenbar ist eigentlich nichts passiert. Excel hat da ganz korrekt den 10. Mai eingetragen. Wenn ich aber diese Zelle mal wieder aktiviere und da schaue, was hier oben in der Formel tatsächlich drinsteht, dann sehe ich, da steht der 10.05.2015 drin. Das habe ich aber gar nicht eingegeben. Ich habe nur den 10. Mai eingegeben. Richtig. Excel hat erstens geraten, was wir da tun wollen. Und Excel hat geraten, dass wir dort wahrscheinlich ein Datum eingeben wollen. Und Excel hat zusätzlich noch geraten, dass es vermutlich ein Datum im aktuellen Jahr ist. Dann hat Excel dieses Datum vervollständigt in den 10.05.2015. Und Excel hat etwas getan, was das Zellformat hier so verändert, dass aus dem eigentlichen Zellwert 10.05.2015 den 10. Mai macht. Irre. Wie das geht, sehen wir gleich noch. Als nächstes geben wir einfach mal 24.7 an. Die Amerikaner sagen das oft und wir geben das mal ein und drücken dann die Return-Taste. Moment mal, 24. Juli? Auch hier hat Excel wieder geraten. Und Excel hat geraten, dass dann, wenn wir einen Bindestrich zwischen zwei Zahlen setzen, dass das ein Datum sein soll. Excel hat also den 24. Juli dort hineingeschrieben. Und wenn wir die Zelle aktivieren, dann sehen wir, dass da der 24.7.2015 drinsteht. Das ist Mist. Denn wir wollen natürlich in diese Zelle hier den Text 24-7 eintragen und nicht den 24. Juli. Wenn ihr gerade sehr aufmerksam wart, dann habt ihr gesehen, dass sich bei meinem Druck auf die Return-Taste, nachdem ich 24.7 eingegeben habe, hier im ganzen Fenster an einer Stelle etwas verändert hat. Ich gehe dazu mal in einen freien Bereich und gebe wieder ein 24.7. Und jetzt achtet ihr mal bitte hier oben auf dieses Feld, in dem jetzt noch Standard eingetragen ist. Ich drücke die Return-Taste und aktiviere wieder die Zelle, in die ich das gerade reingeschrieben habe. Wir sehen, dass hier oben jetzt nicht mehr Standard steht, sondern Benutzer definiert. Und genau das ist ein Zahlen- oder Zellenformat. Ich gehe mal hier wieder auf unsere 24. Juli und schaue mal, was Excel mir hier in dieser Liste zur Verfügung stellt. Also, wir können offenbar hier ein Datum angeben. Ich klicke mal einfach Datum kurz an. Oh, dann wird aus dem 24. Mai der 24.7.2015. Wenn ich eingebe Datum lang, dann stehen hier plötzlich diese seltsamen Zeichen. Diese seltsamen Zeichen bedeuten, dass der Text in dieser Zelle jetzt so lang geworden ist, dass Excel damit nichts mehr anfangen kann. Also ziehe ich mal diese Zelle ein bisschen breiter. Und das tue ich, indem ich meinen Cursor auf die Begrenzung zwischen der Spalte C und der Spalte D setze, mit der Maustaste klicke und nach rechts ziehe. Ich habe offenbar weit genug gezogen. Und jetzt zeigt Excel mir hier den Text Freitag, 24. Juli 2015 an. Der Wert in der Zelle ist aber weiterhin der 24.7.2015. Daran ändert sich gar nichts. Excel ändert nur, was es anzeigt, was es also für unsere Augen aus diesem Wert macht. Nun gibt es aber unter all diesen Zahlenformaten hier keines, das uns spezifisch 24.7 ausgibt. Probieren wir doch mal, das Zahlenformat auf Standard zurückzustellen. Klappt irgendwie auch nicht. Hier steht jetzt eine Zahl drin, 42.209, mit der wir gar nichts anfangen können. Diese Zahl ist die Excel-interne Repräsentation des Datums 24.7.2015. Damit können wir nichts anfangen. Also gehen wir mal wieder 24-7 ein und sehen, Excel macht genau dasselbe wie gerade. Also das, was wir nicht wollen. Es schreibt wieder den 24. Juli dort hinein. Wann immer euch sowas passiert, das heißt, wann immer ihr einen Text in eine Zelle hinein schreiben wollt, den Excel irgendwie umdeutet und daraus etwas macht, was ihr überhaupt nicht wollt, müsst ihr diesen Text mit dem Hochkomma einleiten. Zur Eingabe des Hochkommas drückt ihr die Umschalttaste und dann dieses Lattenzaunzeichen, das sich links von der Return-Taste befindet. Wenn wir jetzt 24-7 eingeben und Return drücken, dann sehen wir, dass Excel tatsächlich 24-7 in diese Zelle hineinschreibt. Als nächstes sollen wir eine Prozentzahl eingeben. Dazu gebe ich 19% ein und drücke wieder Return. Ja, da steht 19%, das hätten wir erwartet. Aber wenn wir mal auf die Zelle draufklicken, dann sehen wir, dass hier oben nicht mehr Standard steht, sondern Prozent. Excel hat also offenbar das Zellenformat geändert. Was passiert, wenn wir das Zellenformat auf Standard zurückstellen? Nun, dann macht Excel aus den 19% 0,19. Excel hat also, als wir 19% eingegeben haben, gewusst, dass wir einen Prozentwert eingeben wollen, hat dann automatisch das Zellenformat in Prozent geändert und den Wert in dieser Zelle in 0,19 geändert. Denn 0,19 ist die interne Repräsentation für 19%. Der nächste Wert, den wir eingeben wollen, ist plus Google. Das machen wir mal, plus Google und drücken die Return-Taste. Excel zeigt einen Namen an. Das ist wie eine Formel, die Excel nicht kennt. Und exakt das ist da auch passiert. Sobald das erste Zeichen, dass wir eine Zelle eintragen, das plus ist, denkt Excel, dass wir eine Formel eingeben wollen. Dass wir also einfach nur vergessen haben, das Gleichheitszeichen anzugeben. Und wir sehen, dass Excel dieses Gleichheitszeichen hier ergänzt. Gleich plus Google ist aber keine Formel, die Excel als Formel erkennen würde. Und deshalb steht dort die Fehlermeldung Name. Was wir tun müssen, um tatsächlich den Wert plus Google eingeben zu können, ist wieder ein Hochkomma und danach den Text plus Google und es klappt. Dasselbe Ergebnis bekommen wir, wenn wir Bindestrich Punkt 1 wie bei einer Aufzählung eingeben wollen. Auch dann steht der Name. Denn auch ein Minus am Zellenanfang ist für Excel ein Hinweis darauf, dass wir eine Formel eingeben wollten. Und Excel gibt eine genau solche Formel ein. Also müssen wir wieder eingeben, Hochkomma, Bindestrich, Punkt 1 und haben den Zellwert genauso eingegeben, wie wir das haben wollen. Als nächstes sollen wir die Zahl 24,1250, also eine Zahl mit vier Nachkommastellen, angeben. Das hat fast geklappt, aber Excel hat die Null hinten weggenommen. Die Null als letzte Nachkommastelle hat keine Bedeutung, hat keinen Informationswert. Und deswegen kürzt Excel diese Zahl so weit runter, bis dort keine Nullen mehr als letzte Nachkommastellen sichtbar wären. Hätten wir also 24,125,000 eingegeben, würde Excel auch daraus den Wert 24,125 machen. Wollen wir die Nullen hinten sehen, müssen wir unser Zellformat ändern. Und zwar in den Punkt Zahlenformat. Dann zeigt Excel immer eine bestimmte Zahl von Nachkommastellen an. Und diese Zahl von Nachkommastellen können wir über diese beiden Buttons hier verändern. Ich drücke mal den linken Button und wir sehen, die Nachkommastellen werden mehr. Ich drücke den rechten Button und die Nachkommastellen werden weniger. So können wir Excel anweisen, immer eine bestimmte Anzahl von Nachkommastellen anzugeben. Und wenn die Zahl nicht so viele Nachkommastellen hat, dann mit Nullen aufzufüllen. Als nächstes möchte ich mal wieder ein Datum eingeben, und zwar den 10.05. Scheint geklappt zu haben, aber tatsächlich scheint das nur so. Denn anders als beim 10. Mai erkennt Excel den 10.05. nicht als Datum. Und das sehen wir, wenn wir die Zelle wieder anklicken und versuchen, hier oben ein Datumsformat einzustellen, wie zum Beispiel Datum lang. Ihr wisst noch, dass das Zahlenformat Datum lang vorhin dazu geführt hat, dass dort der 24. Juli 2015 ausgeschrieben gestanden hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist ein Riesenproblem. Denn Excel hat den Zellwert 10.05. nicht als Datum erkannt. Um daraus ein Datum zu machen, müssen wir die Jahreszahl hinten ergänzen. Und dann erkennt Excel diesen Wert als Zahl. 14 Euro können wir ebenfalls eingeben. Ich gebe 14 Euro ein. Und Excel stellt exakt diesen Wert dar. Allerdings, wenn wir uns die Zelle anklicken, dann sehen wir, dass dort oben Währung steht. Excel hat also das Zellenformat Währung eingestellt. Und die Währung können wir tatsächlich, genau wie die Zahl vorhin, um Nachkommastellen erweitern oder auch reduzieren. Ohne, dass wir diese Nachkommastellen tatsächlich eingeben müssten. Wir haben gerade nur 14 eingegeben und können Excel trotzdem anweisen, daraus eine 14,00 Euro zu machen. Und zum Spaß gehen wir einfach mal den Text 14 Euro an. Und schauen jetzt mal, was passiert. Wir können nämlich mit einigen dieser Zahlen hier tatsächlich Berechnungen durchführen. Versuchen wir das mal mit dem 10. Mai. Ich sage gleich 10. Mai plus 5. Dann steht ja plötzlich der 15. Mai. Excel fasst also die Addition von 5 auf ein Datum als 5 Tage auf. Und erhöht den Datumswert um 5 Tage. Wenn ich jetzt bei unserem Wert 24,7 5 addiere, dann ist Excel sogar richtig schlau. Bei der Berechnung sieht Excel, oh, das könnte vielleicht doch ein Datumswert sein und wandelt es automatisch in ein Datum um und macht dann daraus ein langes Datum. Da laufen also ziemlich viele Automatismen ab. Als nächstes multipliziere ich mal den Wert 0,19 mit 500. Das Ergebnis ist 95. Und das saue ich dich. 500 mal 0,19 sind 95. Wenn wir daraus einen Prozentwert machen, dann ändert sich daran immer noch nichts. Denn Excel weiß über das Zellenformat Prozent, dass wir in Prozent rechnen wollen. Ob da also 19 Prozent oder 0,19 stehen, ist vollkommen egal. Mit einem Text wie plus Google, da können wir nicht rechnen. Wenn ich versuche, plus Google um 5 zu erhöhen, dann steht da Wert, denn Excel weiß nicht, was es machen soll. Genau dasselbe passiert bei Bindestrich Punkt 1 plus 5. Auch daraus kann Excel nichts machen. Es weiß nicht, was wir tun sollen und gibt dort einen Wertfehler aus. Die Zahl 24,1250 können wir problemlos um 5 erhöhen. Und Excel übernimmt sogar die Anzahl der Nachkommastellen, hat also automatisch das Zellenformat Zahl mit 4 Nachkommastellen eingestellt. Sonntag, den 10. Mai, können wir problemlos um 5 Tage erhöhen, indem wir 5 addieren und dann wird daraus Freitag, der 15. Mai. 14 Euro können wir ebenfalls um 5 Euro erhöhen und haben dann 19 Euro. Was ist mit diesen 14 Euro hier? Da klappt das nicht. Da gibt Excel wieder einen Wertfehler aus. Warum? Weil Excel nur 14 mit dem Euro-Symbol tatsächlich als Währung akzeptiert. 14 Euro mit dem ausgeschriebenen Text Euro, das versteht Excel nicht, so schlau ist es nicht, und hält das für einen einfachen Text, mit dem es nicht rechnen kann. Zellenformate sind also schöne Dinge. Wir können Zahlen vollkommen anders darstellen, als wir die eingegeben haben, ohne an der Zahl selber etwas zu verändern. Manchmal aber, da greifen die Excel-Automatismen so stark ein, dass wir aus einer Zahl plötzlich eine ganz andere Zahl machen, die wir eigentlich gar nicht haben wollten. In dem Falle stellt ihr einfach das Zellenformat auf das Format um, das ihr haben wollt. Meistens ist es das Zellenformat Standard. Und wenn das dann immer noch nicht klappt, dann benutzt ihr das Hochkomma, um Text einzugeben und Excel damit anzuweisen, bitte interpretiere diesen Wert auf keinen Fall, schreibt ihn einfach genauso in die Zelle rein.